Moin sind meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit dem neuen Assassin's Creed Mirage. Ich würde sagen, die Einstellungen habe ich gemacht. Wir schauen einfach mal rein, kurz und schmerzlos. Ich habe eh nicht so viel zu sagen. Los geht's. Ihr habt nach dieser Erinnerung gefragt. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleitet zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats. Doch kratzt man an der Oberfläche, kommt eine Verderbnis zum Vorschein. Der Orden der Ältesten kämpfte um Einfluss unverbreitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten sich und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Und damals stand er in seinem Zentrum. Basim Ibn Isaak. Er folgte dem Credo. Er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Wüth Wüth. Oh, 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 oh. Ruhig, Bassi. Atme. War es wieder der Djinn? Und was wollte unser Freund diesmal? Mir das Fleisch von den Knochen reißen? Meine Eingeweide fressen? Er spricht nie viel, doch er hinterlässt Spuren. Ich kann ihn immer noch auf meiner Haut spüren. Nicht sehr originell. Das solltest du ihm mal sagen. Vergiss den Djinn mal einen Moment. Der Tag ist jung und es steht Arbeit an. Es gibt einen neuen Auftrag von Darwish. Für wen? Die schon wieder? Da verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen. Ach komm, Nihal. Wo bleibt dein Pflichtgefühl? Pflichtgefühl macht uns nicht satt. Nein. Aber es sättigt die Seele. Ich warte draußen. Wie der Djinn dann fressen kommt. Wenn du dicke, fette Seele hast. So. Die 40 Räuber. Haben wir freigeschaltet. Warum? Weil ich ein Pre-Order gemacht habe. So. Ah. Ich brauche unbedingt mal einen neuen Controller. Komm in die Hufe, Basin. Pfeil mir nicht ins Wort, Vibe. Sonst tust du gleich den Stall ausmisten. Fräulein. Ich sagte, Nihal, wir könnten das niemals verkaufen, als sie es stahl. Doch sie konnte nicht widerstehen. Ich frage mich, was sie an diesem alten Plunder nur immer findet. Du sagtest, wir hätten einen Auftrag. Erledigen wir ihn. Ja, ja. Ich komme ja schon. Boah, das ist hier wie bei uns zu Hause. Meine Frau muss auch ständig irgendwelchen Schmuck holen. Den sie dann eh nicht trägt, weil sie immer nur zwei Ohren und zehn Finger hat. Und dann immer dieser Stress. Komm schon, komm schon. Es braucht nur wenige schlichte Werkzeuge, um die größte Moschee zu bauen. Ich hoffe, deine Weisheit begleitet mich weiter, Vater. Wo auch immer du sein magst. Ja. Welches ist da hinten? Im Bordell. Wir gucken gleich mal. Billiger Schmuck und angelaufene Münzen. Die Schätze eines Gauner-Lebens. So. Mhm. Okay, noch funktionieren hier keine Knöpfe groß. Oh doch. Das Bücken können wir schon mal. Oder das Knie vor der Frau. Lassen wir Darwish nicht warten. Noch eine Standpauke ertrage ich nicht. Die Frau nervt schon genug, ne? Diese Aufträge. Darwish gibt dir eine ganze Menge davon. Er weiß, dass ich ihn nicht enttäusche. Er vertraut dir. So viel ist sicher. Meinst du, das gilt auch für sie? Für diese Gestalten im Schatten? Ich hoffe inzwischen schon. Dann sollten sie das auch zeigen. Du setzt dich der Gefahr aus und sie geben dir sehr wenig dafür. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal. Keine Händler. Ich weiß, was erzählt wird. Und doch sollte der Preis der Freiheit ausreichen, uns satt zu machen. Erster Todessprung. Willst du? Soll ich? Doch, der Todessprung. Jopp. Hopp. Okay. Was drück ich denn die ganze Zeit? Oh, mehr drücken kann ich... Ach so. Momentchen mal. Wir gehen doch dann mal da. Ah, jopp. Geh da. Bewege dich, Fräulein. Erst machst du Stress und dann passiert nix. Oh, oh. Oh, oh. Na gut. Ja. Anstrengend, he? So. Dann schauen wir mal hier rum. Okay. Haben wir schon. Leiter wird überbewertet. Was diesen Auftrag angeht, ich will nicht, dass du meine Worte für aufdringlich hältst. Ich sorge mich nur um dich, Sadiki. Es ist nicht lästig, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren, wie es die Verborgenen tun. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch? Nein. Ich bin nur der Sohn eines Staatsdieners, der sein Leben der Verbesserung des Lebens seines Volkes verschrieben hatte, um dann erniedrigt und vergessen zu werden. Doch es schmeichelt mir, dass du mir solche Größe zutraust. Ich kann mich nur bemühen. Das habe ich so ganz sicher nicht gemeint. Ich habe es so verstanden. So viele Menschen. Da muss etwas Wichtiges vor sich gehen. Der Kalif wurde in den Winterpalast gerufen. Sicherlich ist es ein reiches Gefolge, das die Menge angelockt hat. Ich dachte schon, die will gar nicht mehr gehen. Vielleicht sind sie in Stimmung, etwas zu spenden. Ah, ich verstehe. Eine kleine Fingerübung, um den Verstand zu schärfen. Wenn dieser Auftrag uns schon nicht ernährt, soll es eben das Kalifat tun. Okay, also. Achso, ich dachte, ich soll jetzt klauen. Dieser Händler hat seine Börse auf dem Tisch liegen lassen. Etwas Einfaches zum Warnwerden. Aha. Und da ist also das Adler Auge. Und jetzt weg, ehe jemand was bemerkt. Schon weg. So, das Ding wieder aus. Hätte ich es mal angelassen, jetzt wirft er wieder nicht. Mach dich bereit. Ich wähle sie aus. Ein scharfes Auge und eine geschickte Hand. Ein vortreffliches Paar. So. Okay, was schießt du aus? Mh, dieser Adler Gockel da. Er muss etwas von Wert dabei haben. Also beklaue ich ihn jetzt. Pippe, pippe, pippe. Nicht so schnell, Basti, nicht so schnell. Oh. Taschendiebstahl. Setze das Adler Auge ein, um Beutel zu finden, welche Kostbarkeiten enthalten. Drücke in ihrer Nähe Y, um einen Taschendiebstahl durchzuführen. Drücke im richtigen Moment erneut Y, um den Diebstahl erfolgreich abzuschließen, ohne erwischt zu werden. Okay, das ist natürlich wieder eine Aufgabe für mich, weil ich das ja so gut kann. Oh. Okay, das ist easy. Schrei mich nicht so an. Mein Gott, was für den Stress die Schöner macht. Und? Da drüben an dem Stand. Sie hat auch Geld. Aha. Das Ding brauche ich gar nicht. Das Ding brauche ich gar nicht. Gut gemacht. Du bist wahrlich der Meisterdieb von El Anbar. Höre ich da etwa Neid heraus? Wohl kaum, o größter aller Taschenlehrer. Du bist unmöglich. Jetzt komm. Darwish wartet sich ja schon. Soll ich klettern, oder geht sie vor? Egal, ich geh vor. So. Oh. Oh. Das ging tief. Äh. Was macht der denn? Ob der mich so gocke? So. Mal schauen. Hier rum, da rum, dort rum. Gehen wir einfach hier rum. Und da rum. Da ist Bassem. Was wollt ihr denn von mir? Seid gegrüßt. Die haben aber viel Energie. Bin gespannt, was für Geschichten wir heute hören. Mit Sicherheit Großspurige. Frieden. Was ist denn hier? Komm her. Na komm. Hast du was Gutes gestohlen? Was wird dich das sein? Ich hab dir Essen geklaut. Sieh an, sieh an. Da kommt der Vollpelz ja. Ich habe auf dich gewartet. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Moment. Für Brot. Gebt damit bloß nicht auf dem Markt an. Vertraut mir. Geh zu Seider. Sie verwendet reichlich Butter. Das tut sie wohl. Du siehst müde aus. Geht es dir gut? Nichts, was ein kleines Abenteuer nicht richten könnte. Was brauchen sie? Ein Frachtverzeichnis aus dem Hafen. Für sich genommen ist es wenig wert, aber die Informationen darin sind nützlich für sie. Ein Kinderspiel. Haben die nichts Schwierigeres? Ich bin zu so viel mehr fähig. Schluck deinen Stolz herunter. Die Wachen des Kalifen sind zahlreich und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Du machst dir jetzt mehr Sorgen um mich als zu unserer Zeit in Bagdad. Meine Sorge ist dieselbe. Ich bin nur inzwischen zu alt und zu müde, um sie zu verbergen. Hol die Aufzeichnungen und spute dich. Wir haben noch nicht über meinen Lohn gesprochen. Und das werden wir auch nicht, bis es getan ist. Du weißt, wie die sind. Das war alles? Er ist nur das Sprachrohr. Und du immer noch ein Boten, Junge. Diesen Auftrag schaffst du allein. Ich habe gesehen, wie sie mit den ganzen Soldaten zum Winterpalast marschiert sind. Hatten die Schwerter und Speere? Natürlich. Das sind Soldaten. Ich würde gern ein Schwert stehlen. Oder einen Helm. So, dann macht das doch. So, dann schauen wir mal, wo wir hier hin müssen. Du bist auf dich allein gestellt. Ja, ja. Aber auch nur, weil du kamen Bock hast, zu arbeiten, Fräulein. Sperrgebiet. Wie viele haben wir letztendlich bekommen? 16 Kisten, eine Truhe, ein halbes Dutzend Beutel. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, fehlten nur noch drei Kisten. Gib ihren Leuten Zeit bis morgen Abend. Wenn sie bis dahin nicht da waren, müssen wir davon ausgehen, dass sie ihre Waren vergessen haben. Öffnet sie. Behaltet, was uns gefallen könnte und entsorgt den Rest. Warte hier. Ja, wollte ich gerade machen. Ich kann mich nicht bewegen. Gegner aus dem Weg räumen. RB. Deinen Gegner bewusstlos zu schlagen. Je du entdeckt wirst, werden andere Gegner in der Nähe alarmiert werden. Gut. RB ist was? Rechts. Vorne oder hinten? Ich weiß es nicht. Hä? Hey! Achso. Wenn ich gesehen werde, muss ich fliehen. Gut, dass ich schneller bin, als die behäbigen Wachen. Ist sie dir da sicher? Okay, ich muss da hin. Gucken die mich an? Hey. Das sind brave Wachen. So. Reifen. Vielleicht war es nichts. Was war das? Ja, das war nichts. Komm her. Ey. Das ist langweilig, die nur zu verprügeln. Ich will denen eine Klinge zwischen die Augen herammeln. Das macht viel mehr Bock. Ähm. Ich hasse auch diese Schicht. Hä? Was stöhnt der denn hier rum? So runter. Verschlossen. Nicht mehr lang. Hm. Achso, Moment. Wir brauchen hier einen Schlüssel. Wer hat den Schlüssel? Wer hat hier einen Schlüssel? Wer hat keinen? Hä? Ja, stieh das Verzeichnis. Okay. Kann ich oben irgendwas machen? Bin ich denn jetzt nur noch blöd? Keinen Schlüssel? Das ist so langweilig. Total. Beweg dich, Bassi. So, aber... Schlüssel. Schlüssel. Was ist denn das da? Ah, okay. Da steht das Verzeichnis. Habe ich das jetzt komplett verpeilt? Muss ich vielleicht doch keinen Schlüssel... Schlüssel suchen. Gleich gesagt, keine Ahnung. Hallo. Geh doch da hoch. Mama Mia. Was stört der denn die ganze Zeit so blöd? Ey. Na, gucken wir mal an. Okay, hier ist nix. Hier kann ich hochgehen, aber... Kein Schlüssel. Kommt. Nö. Findet Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Ja, mach ich doch. Gleich probier's zumindest. Bin ich total besoffen? Warum sehe ich denn hier nirgends wo einen Schlüssel? Hoch mit dir. Und runter mit dir. Und hier hin, bitte. Und jetzt nochmal. Schlüssel. 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 Mir fehlt jetzt gerade der Rabe. Wisst ihr das? Hey. Ah. So. Okay. Aber... Schlüssel ist nix. Hä? Ja! Aha! Mama Mia. Ja, das gibt es ja gar nicht, du. Ah, na klar. Okay, ja, mach das mal aus. Reicht jetzt. Nicht den Typen hier. Wo ist der denn? Da drin ist der. Komm ich da rein? Wie komme ich da rein? Wie dann? Habe ich das kaputt gemacht? Ja! Oh nein. Ja, hier ist doch zu. Von der anderen Seite verriegelt. Oh, ich werde bekloppt. Ich werde echt bekloppt. Kann ich hier rein? Hier ist nur... ...verstecken. Ach, hier. Ah. Warte, ist er das nicht mit dem Schlüssel? Das war der mit dem Schlüssel, oder? Nein, der mit dem Schlüssel ist doch oben. So, gemobst. So, wie komme ich jetzt hier hoch? Ah, ja. Boah, das ist, ähm, ne? Also... Gucken. Oh! Böser, böser Junge. Dreh dich auf. Hey, geschaffen. Gut. Ich habe es entriegelt. Oh, hier ist noch was zum Mopsen. Okay. War auch noch kaputt. Wie wir es können. Achso, länger gedrückt halten. So. Ich bin hier irgendwo hin. Ja, ich muss ja da rein. Gut. Gut, 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 gut. Hier ist nichts mehr. Geh zu Davies zurück. Machen wir. Ja. Lauf, Basim, lauf. Wir haben doch keine Zeit. Heute nicht, morgen nicht und übermorgen erst recht nicht. Du bist noch heil, wie ich sehe. Das war viel zu einfach. Wie der Gestank des Hochmuts aus deinen Poren triebt. Nettes Mädchen. Wir könnten ein paar Augen in der Stadt gebrauchen. Ich sehe, was ich tun kann. Sie sieht wichtig aus. Sollte es einen besseren Lohn aushandeln. Shh. Ah, Basim. Gerade recht. Hast du es bekommen? Ohne Probleme. Gib es her. Du bist eine von ihnen. Ah. Da. Anscheinend wurde sie heute Morgen geliefert. Sicher, dass es die gesuchte Truhe ist? Absolut sicher. Bezahl den Burschen. Wenn was gestohlen werden muss, bin ich euer Mann. Darwish kann das bestätigen. Er hat mir all eure Aufträge gegeben. Dann hast du deinen Teil getan. Ich kann mehr tun. Zwei meiner besten Männer starben dabei. Einem Straßendieb wird es wohl kaum besser ergehen. Dann heuert mich an. Ihr habt zwei offene Stellen. Nee. So, wenn es die Teilworten mir jetzt auch nicht geht, Kollege. Für diese Beleidigung sollte ich die Hälfte behalten. Danke, Darwish. Hör zu, Basim. Wenn du weiterhin für mich arbeiten willst, dann sei unauffällig und halte die Klappe. Warum musst du dich lächerlich machen wie ein... Ein was? Wie ein Bettler, der verzweifelt nach Aufmerksamkeit heischt. Verzweifelt? Ich bin gut in dem, was ich tue. Diese Frau sollte sich glücklich schätzen, mich dabei zu haben. Sie will dich aber nicht. Du bist ein Straßendieb mit schmutzigen Füßen. Warum bemühst du dich? Warum willst du diesen Weg erzwingen? Weil ein Straßendieb zu sein nicht mein Lebensziel ist. Ich habe der Welt mehr zu bieten als meine flinken Finger. Sie hat es nur noch nicht erkannt. Beinahe, Jasip. Was ist das? Ah, das ist meine neueste Schöpfung. Damit kann ich wütende Händler abwehren, wenn sie mich beim, äh, Wühlen in ihren Waren erwischen. Ein Glück, dass ich verschont wurde. Du riechst übel. Was ist das? Ach, wir haben von früh an im Hafen geangelt, hatten aber kein Glück. Am Hafen? Hast du irgendeine Art Aufregung wegen einer Truhe mitbekommen? Hm, äh, ja, eine schwarze. Ein sehr schönes Stück. Ein paar kräftige Wachen brachten sie zum Palast. Du hast mir sehr geholfen, Jasip. Was hast du denn vor? Sie wollen diese Truhe und ich werde sie ihnen holen. Die werden schon noch sehen. Man dringt einfach nicht zu dir durch, oder? Dann machen wir es gemeinsam. Wenn du im Winterpalast erwischt wirst, wirst du auf der Stelle erschlagen. Wir brauchen einen sicheren Weg hinein. Und ich weiß, wo wir einen finden könnten. Also, wenn du es aushältst, zur Abwechslung einmal mir zu folgen. Wenn du es aushältst, einfach mal die Klappe zu halten. Wenn Basim damals erschlagen worden wäre, hätte Avor diese Probleme mit ihm später nicht gehabt. Was bringt mich? Aber leider können wir es nicht machen. Nein. Gut. Controller ist aus. Ist für mich ein Zeichen, diese Folge zu beenden. Ähm. Ja. Wenn es euch gefallen hat, wäre ich euch sehr verbunden mit einem Like und einem Abo. In der nächsten Folge geht es hier weiter. Und dann schauen wir mal, was ihm noch so alles anstellt. Und wie das hier alles endet. Ich würde gerne mal wissen, ob es da eine Verknüpfung zu Valhalla dann geben wird. Oder vielleicht zwischendrin sogar. Lassen wir uns zwar überraschen. Bis dahin, meine Freunde. Wünsche euch alles Gute. Genießt alles, was ihr habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank.